Ich glaube, ich passe da durch. Dann können wir eigentlich noch die 9mm nehmen. Okay, der ist im Heimer. Was sollte ich denn hier jetzt überhaupt nochmal finden? Irgendwo hier muss was sein. Ach, der Herr liegt da immer noch so. Was ist das denn? Hochwertiges Schießpulver. Jetzt müssten wir hier... Ja, jetzt haben wir auch alles. Das heißt, nur Carlos konnte es nicht aufnehmen. Boah, mein Puls, ey. Das ist nicht normal. Bad feeling. Okay, da sind die toten Hunter. Boah, wenn dir was durchs Fenster springt, ne? Ah, gut. Boah, sonst hätte ich, glaube ich, vor Schreck den Controller weggeschmissen. Ich habe noch Platz im Inventar, das ist schön. So, hier können wir noch was machen. Auflocken. Schon wieder Magnum-Munition. Das ist schön... Oh, hier ist immer noch was. Aber was? Vor allem Ding, wo? Das haben wir. Hier irgendwo? Ah! Ein rotes... Rotes Kraut. Hm. Ach, können wir nicht benutzen. Doof jetzt, doof, 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 doof. Ich will aber auch nicht auf meine Granaten verzichten. Nein, lass mal das rote Kraut hier liegen. Okay, wir könnten aber noch mal zum Aktenraum gerade hin. Hi, Mr. Hunter! Oder toter Hunter. So, schnell da rein. Verstauen. Ja, komm, die verstauen wir auch. Und... Das verstauen wir. Dann könnten wir uns eventuell... Ja, wir haben noch ein rotes Kraut, also von daher... Nicht ganz so schlimm. So, wo wollten wir jetzt lang? Ich glaube, wir wollten da unterher kriechen. Vielleicht finden wir da ja die Magnum. So, Miss Valentine. Kriechen Sie Ihres Amtes. Ja, ich habe das Gefühl, dass es... Und jetzt kriegen wir die Magnum. Yes! Die Lightning Hawk. Kopfschmerzen garantiert. Die Lightning Hawk. Magnum. So, die viel wichtigere Frage. Wie kommen wir hier wieder weg? Ach, da rüber. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Magnum. Finde ich gut. So, jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Wo muss ich jetzt hin? Ja, hier lang. Das ist eigentlich fast vor dem Hunter erschrocken. Ich sollte vorsichtig laufen und nicht immer so Hals über Kopf jetzt. Äh, wo war das denn? Ach ja. Hier entlang. Boah, jedes Geräusch. Ich... Bei jedem kleinen Furzgeräusch. Ich zog gerade so zusammen immer. Wo, 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 wo. Alter. Ich will nochmal saven. Ich will einfach nur nochmal saven. Und mir in die Hose machen. Alter Verwalter. Nein, nicht Sprengstoff. Äh, flinten die sechs Stück. Dann haben wir das nämlich voll. Klar, das Messer behalten wir mal. Minengranaten. Wir haben noch Explosivgranaten. Ne, ich glaub, das lassen wir erstmal so. Die Magnum behalten wir für die grobe Kelle. So, und nochmal saven. So, weiter geht's. Ich behalte die Schrote. Oh, komm, mit einmal ein Hunter um die Ecke. Ich war erstarrt. Seriously, Leute. Ich war übelst erstarrt gerade so. Weil er so auf mich ekelhaft auf mich tut hat. Das war so richtig horrormäßig gerade für mich. Oh Gott, dieses Spiel ist schrecklich. Also, schrecklich unheimlich. Bad feeling. I've got this feeling. Somebody's watching me. Boah, ich bin grad so... Ach so. Ist du mal schon. Ach, nehmen wir mal mit. Haben wir alles. Jo. Boah, ich bin so angespannt gerade. Was macht die zu spiel mit mir? Und Nemesis ist nicht meiner... Das muss der Weg nach unten sein. Warum erwähne ich Nemesis? Der könnte hier schließlich auch jederzeit wieder auf... tauchen. Der Hund. Boah, ich bin so angespannt. Ich hab irgendwie... Ein ganz mulmiges Gefühl gerade. Ist Carlos nicht vollkommen? Wieso ist der Fasche dann hier oben wieder? Ernsthaft, ich hab echt die Befürchtung, dass vielleicht Nemesis auftaucht. Oder schon hier ist. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Weil... Ist so... Ein grünes Kraut. Nehmen wir mal mit. Äh... Wir nehmen es nicht mit. Super, wie komm ich jetzt hier rein? Oder weiter? Ja, ansonsten... Ja. Simpel. Wir benutzen die Hebebühne. Gleich... Dam, 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 dam. Nemesis steht drauf. Boah, mir gehen gerade alle Haare hoch. Hm, das wäre perfekt zum Rasieren. Boah, mal die Hände schwitzen. Hätte ich da einen Lappen mit... Den könnte ich inzwischen ausfürenen. Safepoint! Äh... Eine Patrone wird verstaut. Da können wir eine von verstauen. Oh, was haben wir denn da? Jawoll! Gürteltasche! Yes! Oh, Notiz. Fahrstuhlnotiz. Ähm, 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 ähm. An alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt. Och, nee. Bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermasch... Äh, doch Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Okay. Wie, das war's schon. Speichern! So! Nach dem obligatorischen Toilettengang, den ich bitter nötig hatte... Okay, da komm ich nicht durch. Also, da halt lang. HALT! Achso, Licht, äh, Luft, Lift. Nicht Licht, sondern Luft. Oh, oh. Okay, ich kann nicht auf ihn schießen. Ah, danke. Achso, der hängt hinterm Glas. Jetzt kommt gleich. Miss Valentine! Nein, das Spiel möchte, dass wir dorthin gehen. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir aber schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Dafür ein Trophäe muss man das in unter drei Minuten schaffen, hier die ganzen Sicherungen zu sammeln. Okay, da haben wir schon mal eine. La, 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 la. Pistolenmunition. Flintenmunition. Ich wollte zwar eigentlich erst nach unten einmal glotzen, aber naja. Okay, Postile. Ja, viel können wir auch so langsam nicht mehr aufnehmen. Wo? Blöde Töle. Ich mag die Hundin Riesi nicht. Noch irgendwo ein? So. Ja, aber wir können uns ja auch hier durchzwängen. Blöde, ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich könnte aber auch erst mal die Stufen hoch. Bin ich denn jetzt gelandet? Hey, mach die Tür auf! Nacki! Halt! Mitarbeiter-Nutsitz. Äh, äh, ähm. In N2 aufgenommen, 45 männlich, 32 weibliche, entsorgt, 60, ne... Uh! N2 aufgenommen, 55, 19 männliche, einen entsorgt, 76 weibliche, zurückgebracht, 8 weiblichen, nicht infiziert. Hier dasselbe, entsorgt, präumierende, 30 Jahre entsorgt, Transfer durch Schwester beobachtet. Äh, ja doch, die Schwesteraufnahme und blablablabla. Ja.